So, Robert, wir haben jetzt gerade gefrühstückt. Was ist unser Plan, weil wir nämlich nicht genug US-Dollar bei uns haben? Weglaufen. Wir werden jetzt versuchen, aus diesem Hotel hier wegzulaufen. 120 US-Dollar, die haben wir nicht mehr. Also müssen wir irgendwie gehen. Stimmt nicht. Wir haben gestern noch gegessen, 160 US-Dollar. Es lohnt sich sogar, wegzulaufen. Es hat sich gelohnt auf jeden Fall. Es war lecker und geiles Frühstück. Alles Frühstück. Es gab Käse und es gab polnischen Honig und Erdbeermarmelade aus den Arabischen Emiraten und Nutella aus Italien. Und dann gab es Früchte und Bananen und Avocados. Avocados sind ab jetzt meine Lieblingsfrüchte, neben Mangos. Er kann doch noch gerne zwei. Ich kaufe manchmal auch zwei und wir versuchen jetzt gleich abzuhauen.